Ja, schönen Nachmittag aus Seefeld. Die österreichische Fußballnationalmannschaft hat heute um Vormittag um 11 Uhr ein Training absolviert in Seefeld. Jetzt am Nachmittag war keine Einheit am Programm, da wurde der Video studiert, da wurde sich der kommende Gegner die Ukraine angeschaut. Ja, Valentino Lozaro, der musste gestern Abend zur MRT-Untersuchung, der hat leider einen Muskelfaserriss im Oberschenkel. Dementsprechend für die Ukraine fällt er definitiv aus und so ehrlich muss man sein, es wird auch das EM aus für den Gladbach-Legionär bedeuten. Der ist also nicht mehr dabei am Montag gegen die Ukraine. Marco Nautovic, der strotzt nur so vor Lust auf dieses Spiel im Bukarest gegen die Ukraine. Der will beweisen, dass er diese Strafe überarbeitet hat und wieder für positive Schlagzeilen für das österreichische Nationalteam sorgen. Gestern bei der Einheit war er dabei, da haben ja nur die mittrainiert, die gegen die Niederlande nicht in der Stahl-Left gestanden sind. Er saß auf der Tribüne, deswegen gestern auch schon die Einheit mitgemacht, heute natürlich wieder teilgenommen am Training. Und der Marco, der ist richtig heiß auf das Spiel. Wir erinnern uns an das letzte Spiel gegen die Ukraine, da gab es einen 3-2-Sieg. Liegt allerdings schon noch ein paar Jahre zurück. Da hat Marco Nautovic im Doppelpack getroffen. Also vielleicht ist das ein ganz gutes Omen. Für die Mannschaft geht es schon morgen nach Bukarest um 10.30 Uhr, hebt das Flugzeug ab aus Innsbruck nach Bukarest und dann am Abend das Abschlusstraining. Und am Montag um 18 Uhr, da ist es soweit. Am Pfiff gegen die Ukraine, Kampf um das EM-Achtelfinale für unser Team. Und am Pfiff gegen die Ukraine. Und am Pfiff gegen die Ukraine.